Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von YouTubers Live. Ähm, ja, ihr seht, es hat sich ein wenig was verändert. Ich hatte nämlich schon eine weitere Folge aufgenommen. Das Problem dabei war, dass ich, äh, dass mein Rechner die Aufnahme nicht gespeichert hat und ja, ich dadurch jetzt nicht die Folge hatte. Wir sind auf jeden Fall umgezogen, haben ein paar mehr Abonnenten bekommen, haben ganz gut was an Videos produziert und ja, ein paar neue Spiele geholt und so weiter. Die ganzen Sachen kann ich hier mal verkaufen, die die halt nicht mehr brauchen werden. Und ja, gut. Dann werden wir jetzt erstmal ein neues Gaming-Video machen. Von Virtual Dentist. Auf der Z-Box. Haben wir irgendwie einen Auftrag oder so? Nee, ne? Nee, außer 50.000 Abonnenten bekommen. Die haben wir auch bald erreicht. Äh, machen wir mal eine Preview. Ähm, genau, ich hab ein bisschen aufgerüstet. Wir haben jetzt eine Full-HD-Auflösung, Pop-Shots und, ja, Stereo-Ausgabe und so, Omni-Ausgabe. Virtuell, Virtu-I-M. Und ich hab angefangen, die Parts zu benennen. Äh, virtuell, aber dennoch echt realistisch. Preview. 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 Meine Gülle. Schreiben sollte gelernt sein. Und ich hab das Problem gerade mit meinem Mikrofon hier so ein bisschen. Ähm. Okay. Ladebildschirm mit Hinweis. Hä, 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 hä. Äh. Lustiger Kommentar? Was? Okay. Äh, das Spiel hängt sich auf. Mörderischer Blick. Wieso steht... Ist ein neues Update rausgekommen? Ich hab's nicht mitbekommen. Ausschnitt. Ähm. Philosophischer Kommentar. Du hast ein... Du hast ein... Du hast ein... Bist fast ein Level durch einen Kampf aufgestiegen. Okay. Ähm. Sing. Fröhliche Äußerung. Und... Und... Wieso war das jetzt so komisch gerade? Hat sich... War das ein Update? Oder hab ich jetzt irgendwas... Ist irgendwas... Nicht bei meinem Spiel richtig? Ich weiß es nicht. Damit fangen wir an. Dann kommt das auf jeden Fall. Dann würde ich sagen... Das... 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 Und das. Neues Schnittprogramm haben wir übrigens auch. Wir können auf jeden Fall Hintergrundmusik reinpacken. Dann würde ich sagen... Noch einen weichen Fokus. Das muss noch ein bisschen erhöht werden. Und das hier. Rendern. Interesse 91%. Hei, hei, hei. Das ist nice. Das ist sehr nice. Heilige Scheiße. Geil. Ah ja. Und ich hab die Cam woanders platziert und so. Hallo. Mein Name ist dieser Beirut. Wir werden Bankangelegenheiten. Wir werden die Verbrauchskarte anbieten. Womit sie tausende Rabatte bekommen. Wie zum Beispiel... Das 2 für 1 Angebot für... Quickmarkt. Und Rabatte für chinesische Märkte. Lass sie reden. Cool. Ich hatte meine 50.000 Abonnenten erreicht. So langsam konnte man mich zu den bekannten YouTubern zählen. Doch mein Zimmer wurde viel zu klein für mich. Ich brauche etwas Größeres. Einen größeren Ort, um noch viel mehr Videos zu machen. Ich brauche da eine eigene Wohnung. Nice. Cool. Ach, wir können jetzt aussuchen, was für eine Karte wir haben wollen. Lol, was ist denn? Lol, dein Zuhause. 320 Dollar im Monat. Eieiei. Das machen wir, wenn wir das Geld erstmal zusammen haben, einmal. Und dann würde ich sagen, gehen wir nochmal kurz eine Runde schlafen. Nein, ich will mich nicht unterhalten. Dann... Eine Runde Essen. Dann eine Runde Arbeiten für 50 Dollar. Okay, dann würde ich sagen, Sandwich. Alter! Das steigt schnell in die Höhe. Ich habe Hunger. Ich sollte mal im Real Life etwas essen. Und Kaffee trinke, natürlich. Nein, ich will mich nicht unterhalten. Heiß, 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 heiß. Der ist noch so voll, deswegen kann man den nicht schnell hinstellen. Der ist noch so mega heiß, deswegen muss man den eigentlich schnell hinstellen. Dann gehen wir nochmal eine Runde schlafen. Kommt gut an auf jeden Fall. Kommt sehr gut an. Und dann würde ich sagen, machen wir nochmal ein Gameplay von dem Virtuell. Journalist, Dentist, Dentist... Ich habe nicht auf den da geachtet. Äh, ja, lassen wir so. Gameplay. Jetzt geht es erst richtig los. Weiter. Ist Virtuell richtig eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Intro mit Logo, ja. Ähm. Spiele-Intro. Philosophischer Kommentar. Du hast eine einfache Aufgabe bewältigt. Eine fröhliche Äußerung. Ladebildschirm. Kurzer Kommentar. Das Spiel hängt sich auf. Mörderischer Blick. Und ja. Ende. Weiter. Das kommt ganz gut an, das Video, ne? Auf jeden Fall. M-m-m-m. M-m. Das. Dann das. Dann das. Dann das. Ja, so würde ich sagen. Wir müssen ja hochladen. Ja, ich bin doch dabei. Äh, das wäre nochmal nicht schlecht. Dann würde ich sagen, das hier. Und dann hochladen. 63 Prozent. Oh, neuer Rekord. Ja. Oh, ist ganz gut. Ist okay auf jeden Fall. Kann man mit leben. Dö-dö-dö-dö. Hochladen. Einladung. Lazy Turtle Rocket. Einladen. Welches für bald? Äh. Akzeptieren. 20. März. Ah, haben wir noch kurz ein bisschen Zeit. Würde ich sagen. Schlafen wir eine Runde. Danach essen wir eine Runde. Dann holen wir uns eine Karte. Ratschlag. Sarkastischer Kommentar oder Abspann? Äh. Wir nehmen einen sarkastischen Kommentar. Und wir haben die 50.000 Abonnenten. 45.000 Erfahrungspunkte. Das ist nicht schlecht. Das ist gut. Ergebnis anzeigen. Nice. Können wir auch gleich umziehen. Wir haben... Hashtag freigeschaltet. Oh nice. Es ist doch wegen Bewerben, ne? Glühlampen wurden erhöht. Ein paar Sachen wurden erneuert. Und eine neue Karte. Ja. Äh. Ich will immer noch essen. Wir... Ähm. Ne. Hotdog. Mhm. Mhm. Und dann geben wir, glaube ich, eine Runde Arbeiten. Für 10. Nein, 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 nein. Doch nicht. Doch nicht. Nicht für 10. Für 40. Diese will ich für 10. Hey. Hey. Konsole hat eine neue Konsole angekündigt. Ich glaube, mein Spiel ist gerade ein bisschen verbuggt, oder? Habe ich so das Gefühl, irgendwie. Äh, nein, danke. Ich will nicht zu einer Party. Ähm. Und dann würde ich sagen... Ziehen wir um. Umziehen. Vor allem ausziehen musste ich mir Gedanken darüber machen, was ich mir momentan mitbebebe. Bewohner erzählen soll. Äh, komm. Okay. Hallo, ich habe gehört, eine größere Wohnung. Ähm. Ich nehme dich mit, klar. Ich lebe gerne hier und du brauchst momentan genug Platz für dich selber, keine Sorge. Ich versuche dich so oft, das geht. Du bist ein wirklich cooler Freund. Nice, cool. Dann bleiben wir trotzdem alleine. Okay. Äh, die Messe ist... Hallo, ich muss mich... Ähm. Okay. Das sieht... Oh, das sieht sehr... Oh, das sieht schön aus. Das sieht schick aus. Das sieht echt schick aus. Und ich glaube, jetzt haben wir auch einen zweiten... Genau, die neue Wohnung war toll und vor allem viel größer. Hier habe ich angefangen, mein eigenes YouTube-Team zusammenzustellen. Ich habe meinen ersten Mitarbeiter für meinen Kanal eingestellt, um doppelt so viele Videos zu produzieren und Abonnenten zu gewinnen. Meine Mitarbeiter... Äh, meine Mitarbeiter hatten die Möglichkeit, gegen Bezahlung Videos für meinen Kanal hochzuladen. Dazu bekamen sie einen genauen Arbeitsplan von mir und gingen wieder nach Hause, sobald sie eine Pause brauchen. Stelle einen Mitarbeiter ein. Äh, die ist doch erst am 21. Jetzt? Okay. Äh, ja, ich würde gerne einen einstellen. Stelle einen Mitarbeiter ein. Muss hier meine Kontakte gehen, oder wie? Ne, warte auf mein... Wie war das? Ich glaube, Profil, Kontakte. Kann ich hier auch sehen, wer Gaming und so hat. Genau. Lifestyle. Ich brauche ja mit Gaming. Wieso habe ich denn keinen Gaming-Freund? Hm. Egal. Gut, dann halt nicht. Ähm, dann würde ich sagen, machen wir ein neues Gaming-Video. Zu. Okay, die ganzen Spiele können wir bald verkaufen. Wir brauchen bald ein neues Spiel, würde ich sagen. Machen wir nochmal ein Gameplay dazu. Fortsetzen. Ähm, es sieht so... wunderschön aus. Ich bin schlecht im Namen geben. Intro mit Logo. Ich glaube, das ist echt verbuggt, oder? Hauptmenü. Ähm. 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 Lustiger Kommentar. Hä? Falsch? Warum denn falsch? Spiel Tutorial. Sing in der Kommentar. Warum denn falsch? Ich weiß doch gar nicht... Hä? Ähm. Interaktiver Ladebildschirm. Ähm. Lustiger Kommentar. Was ist denn mit dir? Endlose Dialoge. Mörderischer Blick. Das passt. Okay. Ist das verbuggt, Leute? Muss ich das Spiel neu installieren oder so? Ich weiß nicht, was los ist. Ähm, das. Dann würde ich sagen... Machen wir das. Dann das. Dann das. Nee, gar nicht. Warte mal. Machen wir das so. Gott, wir brauchen unbedingt das hier. Hintergrundmusik kann auch nicht schaden. 7 haben wir noch. Ja gut, dann müssen wir noch uns... Ähm, das würde ich sagen. Nehmen wir noch. 59 Prozent. Äh. Ich habe eine Nachricht. eine E-Mail bekommen. Ah, mein Zeitplan für mein Video wurde festgesetzt. Okay. Okay. Zieh dich um. Ach, die Präsentation startet. Okay. Ja, zum Event gehen. Wir bleiben so. Wir bleiben so. Ach ja, Leute. Ich habe übrigens jetzt eine Mikrofonspinne. Voll cool. Äh. So. Jo. Dann kommen wir zur Präparation von Laser Turtle Rocket. Ich würde sagen, wir nehmen... ne lustige Kritik. Ich denke mal, das holen wir uns. Ich denke mal, das holen wir uns. Lazy Turtle Rocket. Ich denke mal, das ist nicht langweilige... äh... Schildkröten... Rakete? Oder sowas in der Art. Warum? Okay, gut. Okay. 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 Lernen wir einen neuen Menschen kennen? Moment. Profil angucken. Gaming! Nice! Dich... Oh mein Gott, ich will dich kennenlernen. Reden! Komm her! Ich will mit dir reden! Ich will dich einstellen! Reden wir nochmal ein bisschen und dann reden wir noch ein bisschen. Ähm... Blalanus. Blalanus. Blablabla. Blablabla. Ähm... Blablabla. Blablabla. Ähm... Blalanus. Blablabla. 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 Oh. Wir können uns jetzt gegenseitig Bekannte nennen. Mehr reden. Wir müssen noch ein, weiter aufsteigen mit ihr. Blablabla. 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 Oh Gottchen. Hm. Hm. Mein Haar, ey. Hier. Vorher nach da. So. Und hier gehen sie dann nach da. Reden. Wir müssen mehr. Vlog aufnehmen. Cool. Oh, wie süß. Äh. Du kannst hier nicht einstellen, dass du richtig Verhältnisse geben musst. Mann. Er hat ne Glatze. Cool. Intro mit Logo. Dann würde ich sagen, du hast eine perfekte Hintergrundebene. Philosophischer Kommentar. Du sprichst über das belanglose Wetter. Mörderischer Blick. Du hast, äh, du schmolzt. Kurzer Kommentar, unlustiger Kommentar, unlustiger Kommentar. Ich kann gleich nichts mehr machen, eine fröhliche Äußerung. Oh, ich kann's doch. Oh. Weiter. Reden. 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 Wir müssen besser zusammenpassen. Ich will dich einstellen. Nalanus. Blablabla. Blablabla. Mein Magen knurrt. Ich sollte was essen. Jetzt komm schon. Füll dich schneller, du Leiste. Blablabla. 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 Einstellen. 400 Dollar, warte. Was? Ähm, fachlicher Kommentar. Wir nehmen einen fachlichen Kommentar. Wieso warst du denn gerade traurig? Und ein Übergang in Schwarze, würde ich sagen. So, gut. Dann würde ich jetzt sagen... Was ist denn mit dir? Warum bist du denn traurig? Nur weil ich jetzt weggehe? Okay, dann reden wir jetzt noch einmal mit ihr. Ich hoffe, dann ist sie nicht mehr traurig. Dann muss ich auch gleich das Video beenden. Ja, es tut mir leid. Ich muss jetzt gehen. Nochmal kurz pausieren. Yeah. Wir sollten gleich unbedingt ein Video hochladen. Yeah. 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 Okay. Wir sind noch nicht bekannt. Manno. Okay, gut. Dann machen wir jetzt noch schnell den Vlog fertig. Ne, Aufgabe verfickbar. Ne. Ach, hier. Hey. Video fertig machen, würde. Hm. Hauptschutz und... Nehmen wir hier die Stereo-Ausgabe. Fortsetzen. Eine super tolle Messe. Okay, Moment. Können wir nach oben gehen? Da oben ist, glaube ich, der weitere Arbeitsplatz. Und dann können wir da, glaube ich, nochmal einen neuen Rechner kaufen. Ja, genau. Hier. Wie kaufe ich denn neuen... Wie kaufe ich denn zweiten Rechner? Hm, nein. Ich wollte nicht einkaufen. Ich wollte das Video weitermachen. Du stehst auf, um mich dann wieder hinzusetzen? Okay. Hm, das. Dann würde ich sagen, das. Das kommt als letztes auf jeden Fall mit dem. Na gut, das ist... Ähm... Geht unser Rechner gerade kaputt? Das brauchen wir noch. Würde ich sagen... Das und das. Hm. Ist okay. Ist okay geworden, das Video. Ich sollte das Video gleich hier endlich... Äh, äh, echt mal beenden. Aber wir müssen unseren Rechner noch aufrüsten. Ich hatte meinen ersten Mitarbeiter, um meine... Erste Aufgabe als Chef war es, dem Schritt des Hochlands beizubringen. Mit etwas Hilfe würde mein Kanal noch viel schneller wachsen. Mitarbeiter bitten was? Mach ein Video. Wie eine Art des Spiels. Mach hierzu mal ein Gameplay. Video starten. Das erste Video meines Mitarbeiters. Weiter. Reparieren. Mann. Ich wollte das früher eigentlich machen. Gut. Äh, so Ratschlag abspannen. Nehmen wir mal einen Ernstkommentar. Wir brauchen mehr Geld. Shit. Äh, schlafen. Essen. Denn wir müssen insgesamt 800 zahlen. Für die Wohnung und für unseren Mitarbeiter. Danach gehst du mal arbeiten für... Oh, 100 Dollar. Ja. Ja, 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 ja. Oh mein Gott. Die Messe? Ich will gleich mal die... Kommentare lesen. Ich will lieber nicht wissen, wie viel Zeit wir haben, um dieses Pauschalte-Video zu sehen. Nachbar-Arbeit ist ein schlechtes Video ever. Oh, Mann. Dafür kommt das hier ganz gut an. Ich sollte noch mehr essen. Was hast du denn für Spacken? Loll. Ich habe dein Video fertiggestellt. Jetzt musst du entscheiden, ob du es hochladen willst. Zeige das Ergebnis. Ja. Okay. Ja. Klar nehmen wir das. Das laden wir hoch. Auf jeden Fall. Hochladen. Denke einfach, dass du jeden Schritt vom Video deines Mitarbeiters kontrollieren kannst. Oder wähle einfach das Spiel und die passende Einstellung. Kümmere dich um sie oder sie werde aufhören, mit dir zu arbeiten. Nein, danke. Ich will da jetzt nicht hin. Oh, nein. Ich will arbeiten. Shit. Kinder will ich essen. Du machst... Mann. Hot Talk. Du machst bitte... ...ein Video. Davon. Eine Review. Pop-Schutz und Stereo-Ausgabe. Manuell. Nein, wir machen das automatisch fertig. Das ist einfach ein fantastisches Spiel. Weiter. Schlafen. Karte. Äh, konstruktive Kritik. Geil. Und neun Punkte haben wir. Was ist das? Ein Duo will ich nicht machen. Unboxing. Unboxing. Ja, Mann. Unboxing ist immer super. Level 11. Genau. Arbeiten gehen für 100. Oder gab es da noch was besseres? Ne. Ne. Das bringt ganz okay Geld ein. Das kommt ganz gut an. Das ist ganz okay. Es ist ganz okay. Auf jeden Fall. Und ich beende dieses Video jetzt gleich hier. Das muss ja heute noch online kommen. Fuck. Oh, das wird niemals klappen. Nein, ich will mich nicht unterhalten. Äh, guck mal. Alles kaputt. Ich kann meine Videos nicht bearbeiten. Klar, machen wir. Äh, Nicosoft Setbox. Dürfen wir sogar haben, oder? Schlafen. Essen. Ist das die Setbox? Ich glaub schon. Das Video ist fertig. Zeige das Ergebnis. Nice. Holy. Das war gute Arbeit, ey. Das ist super. Hochladen. Öffnen. Wir machen davon jetzt kein Unboxing. Wir essen lieber noch schnell eine Runde. Das Video würde ich noch fertig kriegen. Dann würde ich sagen. Spiel wählen. Was sollen wir machen? Ein Gameplay. Zu dem Monkey. Dings. Super Monkey Cube Deluxe. Okay. Ähm... Affen... Affen... Affen Power. Uh. Okay. Intro mit Logo. Dann noch ein Ausschnitt. Ein kurzer Kommentar. Ist falsch, okay. Gut, warum auch nicht? Du bestürbst immer an derselben Stelle. Mörderischer Blick. Zusammenfassung des Spiels. Äh... Lustiger Kommentar. Episches Spiel. Singender Kommentar. Handlungswechsel. Mein Wagen knurrt. Meist gesehen. Cool. Ergebnis anzeigen. Oh, es ist okay. Ähm... Das. Dann würde ich sagen. Das kommt hier. Das würde ich dann hier hinpacken. Das dann hier. Das hier. Und das hier. Äh... Dann brauchen wir auf jeden Fall noch Hintergrundmusik. Das brauchen wir auf jeden Fall. Das hier. Rendern. Hm. Ist nicht so gut geworden. Aber gut, Leute. Dann würde ich sagen. Hiermit beende ich erst mal das Video. Wir sehen uns bei... Das. Nächste Mal wieder. Haut. Da rein. Na. Da. Da.